Aurora Ramazzotti, die frischgebackene teilt emotionale Babygrüße Am 30. März 2023 wurde Aurora Ramazzotti, 26, zur Mama. Mit ihrem Partner Goffredo Zerzer begrüßte sie ihren Sohn Cesare auf der Welt. Nur einen Tag später teilte sie ihr kleines Wunder mit der Welt, Papas große Faust berührt sich mit den winzigen Händchen des Sohnemanns. Mama im Kuss vertieft mit ihrem Liebsten, das lang erwartete Herzenskind dicht an der Brust. BFFS, kommentierte die Tochter von Moderatorin Michelle Hunziker, 46, und Sänger Eros Ramazzotti. 59, die rührende Botschaft. Beste Freunde für immer sollen sie bleiben, Mama. Papa und Cesare. Nach drei Tagen Babyzauber meldet sich die junge Frau nun bei ihrer Community, mit rührenden Worten, die ihrer bewegenden Fassungslosigkeit ob der neuen Rolle Ausdruck verleihen. Ich erhole mich. Ich genieße den Wind des neuen Lebens, schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Foto, das erneut das Händchen ihres Kindes zeigt. Steuere jeden Moment, weil jeder Moment eine Entdeckung ist. Aurora scheint verblüfft angesichts des neuen Lebens in ihren, bisher ungebundenen Dasein. Die junge Mutter wirkt emotional, auch angesichts der offenkundig unzähligen Glückwünsche, die sie erreichten. Ich danke euch für eure lieben Gedanken. Ich melde mich wieder. Sobald ich verstehe, was hier gerade passiert. Als sie im September 2022 ihre Schwangerschaft mit einem witzigen Video verkündete, ahnte die Moderatorin noch nicht, welch unbegreifliche Emotionen sie nach der Geburt ereilen würden. Damals nahm sie in ihrem Clip die vielen Spekulationen der Medien auf die Schippe, die er in den Jahren zuvor immer einmal wieder eine Schwangerschaft angedichtet hatten. In verschiedenen Szenen hört man aus dem Hintergrund die Stimmen von Mama Michelle oder ihrer Großmutter. Die nachhaken, ob sie tatsächlich ein Kind erwarte. Viele Male musste sie die Frage verneinen, bis zum 23. September 2022. Nun hat sie ihre berühmte Mutter endlich zur Oma gemacht. Und die frisch gebackene Großmutter ist überglücklich. Wie sie zur Geburt ihres Enkels auf Instagram der Welt verkündete, neben der Geburt meiner Töchter ist heute der schönste Tag in meinem Leben. Anführungszeichen. Verwendete Quelle, Instagram.com Verwendete Quelle, Instagram.com Verwendete Quelle, Instagram.com